hallo freunde der pixel welt ja es geht wieder weiter in unserem zwergenreich let's play my craft ich freue mich dass ihr wieder einschaltet und jetzt wollen wir direkt mal gucken wir haben letzte woche schon die höhle ein bisschen erkundet wir haben erze gefahren ohne ende eigentlich ja gold kupfer eisenerz und viel kohle und ich würde sagen wir machen einfach diese woche weiter diese folge ich habe gesagt ein zwei folgen wenn wir hier drin verbringen und alles so ein bisschen abfahren dass wir erstmal für die nächsten paar tage ruhe haben so hier kommen wir her okay hier geht es auch schon wieder weiter hier ist hier schicht im schacht das eisen das holen wir uns auf jeden fall dann müssen wir hier hoch dass wir wieder ein bisschen eisen fahren können so haben wir schon wieder eine weitere spitzacke da ist noch ein eisenerz das holen wir uns so und dann gehen erstmal in die richtung hallo fledermäuse er von hier kam er ja oder doch von der kamer hier machen wir auch mal ein hin da waren wir auch schon hier unten waren wir auch schon müssen jetzt mal langsam diese richtung hier gehen los springen 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 los weiter mit dir los kommen auf wir probieren mal vielleicht kommen wir nach oben und können direkt mal das wasser hier ausmachen wo ist der wasserstrom wo kommt es her da vorne so haben wir geschafft das ist schon mal weg das wasser war das noch einer den müssten aber auch kriegen da ist jede menge kohle hier müssen wir aufpassen hier ist lava so und zack und das muss das mal ablaufen hier ist auch noch immer noch so und wieder hoch gucken wo es hier jetzt anfängt da vorne wo fängt es an hier so aber hier ist nichts mehr ich dachte vielleicht kommen wir hier noch mal wohin hier ist lava gehen wir mal an der seite rand lang so hier haben wir ein bisschen kohle das haben wir glaube ich letztes mal schon eingedämmt hier jetzt da vorne weiter wir gucken mal kurz zack 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 so und rein hier war nichts mehr sah nur so aus heute dann würde ich sagen wo kamen wir denn her ich glaube hier ich glaube von hier kamen wir was haben wir dann haben wir noch schon genug steine die wir nehmen können ja haben wir die treppen nehmen wir uns erst mal auf so und hopp 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 und hopp 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 so jetzt sind wir hier oben wieder dann gucken wir mal hier waren wir auch noch nicht dann gehen wir gleich hier weiter zack wir sind gleich wieder den nächsten ärzte die nehmen wir gleich mal mit oh gleich wieder ein paar mehr sehr schön hat sich schon wieder gelohnt hier hinzugehen zack zack was nehmen wir mal mit ja hier nehmen wir auch gleich mit kohle dass wir unsere vier Stacks voll kriegen das ist ein großes kohle vorkommen also in der höhle haben wir echt viel kohle und finde ich auch relativ viel eisen aber nicht so viel wie ich mir auch hofft habe aber vielleicht kommt es ja noch hier wir reden davon und hier ist es zack so hier haben wir schon jede menge neues eisenerz so und du kannst ruhig rauchen gehen bist dann halt nur kurz in der kamera mein liebling na klar nehme ich auf frau will eine rauchen gehen weil da hinten hinter mir ihr seht bestimmt den weihnachtsbaum ein bisschen da ist die tür zum rauchen ganz ruhig hingehen so leute aber wir wollen hier weitermachen so das wasser ist weg dann müssen wir gleich nochmal eine fackel reinsetzen lassen wir auch was sehen hier schon wieder ein bisschen kohle ach komm kohle nimm mal mit wie viel spitzhacken haben wir nach zwei spitzhacken haben wir noch kannst du dich gehen oder du wartest noch 15 minuten so auf jeden fall frau traut sich nicht durch die kamera zu gehen ich habe auch schon gefragt ob so ein let's play mit mir aufnehmen will will sie aber nicht so resident evil so aber das soll uns jetzt nicht stören wir rauchen ja nicht auch dir könnt ihr mal in die kommentare schreiben so gleich ist die kohle hier draußen so und jetzt seht ihr im hintergrund da lang laufen meine liebe frau so jetzt gehen wir aber erstmal hier lang und hier ist nichts mehr okay wir kommen von da wir können hier aber wir gehen erstmal hier runter ok wollen wir mal gucken ok hier ist sonst weiter nichts aber hier ist noch mal kohle kohle können wir noch mal mitnehmen und eisenherz sehr schön aufpassen dass hier nicht gleich eine lava lawine kommt so und hoch so und dann gehen wir jetzt mal hier lang hier war man nämlich auch noch nicht zwischen zwei wir gesetzt drei sogar und noch mehr eisenherz ist sehr schön so und zack 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 weg damit so hier wird schon wieder heller hier müssen wir schon gewesen sein weil hier eine fackel ist ok dann gehen wir mal hier wieder lang was ist hier hier ist es auch schon wieder dunkel ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr wo ich bin da ist wasser hier bin ich glaube hier bin ich auch schon mal lang gelaufen ja hier wird schon wieder dunkel hier ist auch gleich wieder ein bisschen erz hier brauchen wir ein bisschen licht nur das eine ok hier ist noch mal ein bisschen erz sehr schön so ich würde sagen wir bauen so lange runter bis wir nur noch eine schaufel haben alles eingesammelt nee da ist noch einer uhr lass uns durch so hier ist sonst nichts mehr dann können wir wieder runter hier ist was sehr schön da auch noch was daneben ist auch noch was da ist auch noch was sehr schön so und da unten geht es weiter alles die kohle nehmen wir noch mit da ist sie wieder so haben wir die kohlenummer runter dann müssten wir nicht auch fast genug kohle haben die unsere vier öfen so kriechen kurs ok seht ihr so ist das nämlich so zack dann sollen wir jetzt mal die kohle ein eine facke hier hier geht es schon wieder irgendwo lang gehen wir jetzt erstmal hier hier lang sehr schön ich mache nochmal zu gold jede menge gold noch mehr gold und redstone leute jetzt geht es aber ab hier dann leuchtet sogar redstone sehr schön hier ist nochmal gold das nehmen da unten ob die cian oder wie das ich weiß gar nicht ob wir das hier mit abbauen können das können wir gleich mal probieren hier ist nochmal kohle die nehmen wir auch mit so sehr schön hier kriegen wir noch mal jede menge kohle raus also an kohle haben wir dann erstmal genug glaube ich komm hier lass mich lass mich hier rein komm weg damit so zack eine runter noch können wir gleich mal gucken auf was abbauen können aber müssen wir aufpassen wenn es hier so leuchtet ist ja bestimmt irgendwo lava können wir es abbauen leute wir können es abbauen aber es braucht ewig ne ich glaube ich glaube wir brauchen zwölf brauchen wir für das portal ins neta alter falter das dauert aber ewig aber das ist auch nicht so zwingend ja ok 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 da müssen wir jetzt aufpassen oh hier leute kommt denn das wasser her da mal zu ein ihr wisst was ich meine so hier geht es immer weiter alter falter hier müssen wir jetzt auch wow leute wow hier müssen wir jetzt so langsam mal aufpassen wo wir lang laufen da ist auch noch alles voller gold dann müssen wir den redstone mit den brauchen wir später glaube ich auch an was für unsere ganzen sachen können wir dann noch einen runter ja ja zack machen wir hier mal ein bisschen zu wir wollen hier hin Mist zack 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 einfach hier so rüber egal nehmen wir mal das ERZ mit kohle lassen wir jetzt erst mal hier ist auch mal ein bisschen redstone redstone brauchen wir mal bestimmt jede Menge ich weiß zwar noch nicht für was aber für irgendwas brauchen was später bestimmt so und das gerade so gefährlich was wir hier machen leute und hier lang wir gehen erstmal hier lang ich weiß auch gar nicht ob wir je zurückfinden werden alter 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 was ist hier unten da ist nix so und schon wieder bisschen was aber so langsam gehen uns die spitzhacken außen ist gut aber andersrum wir könnten uns ja auch fast ihren ofen bauen und uns was brennen es wird zur not noch eine möglichkeit ein da wollen wir nämlich hin sehr schön gib her das eisen wenn ich wüsste wo wir sind leute wenn ich wüsste wo wir sind was haben wir denn ja das haben wir genug kohle haben auf jeden fall genug aber noch eine spitzhackene gold haben wir uns mal hier durch in der hoffnung die letzte hacke naja ok wir riskieren jetzt mal nix hier ist auch noch mal wieder ein bisschen eisen jetzt müssen wir mal ein bisschen sparsam mit unserer hacke sein redstone ist noch mal eisen diamanten leute wir haben diamanten da wären wir hin diamanten ok wir brauchen die steine zack 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 oh naja ok wir brauchen die zwei mal ein bisschen eisen aber wir brauchen die zwei so sogar drei diamanten leute uhr drei diamanten ja diamanten So Zack Oh, nicht sterben, jetzt nicht sterben Läuft hier noch was ab? Ne, ok So, jetzt müssen wir mal ein bisschen vorsichtig hier sein Okay Wir müssen Diamanten, sehr schön Drei Stück, da ist nochmal Gold, hier ist nochmal jede Menge Eisen Zack 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 Hier nochmal einen hin Ja, wir nehmen auf jeden Fall nochmal, das nehmen wir nochmal mit Zack So Okay Zack So Nehmen wir mit Sehr schön Dann können wir uns ja eine Spitzhacke mit Diamanten machen Machen können wir die so Ne, wir haben Haben wir Holz mit Nein, Mist So Jetzt nehmen wir nochmal das Gold Hm Leute, ich bin mir nicht sicher Wir gehen mal weiter hier lang Ich weiß auch jetzt ehrlich gar nicht mal, wo wir sind So Aber Leute, ich würde sagen, wir sind schon wieder über Länge Wir machen nächste Folge wieder weiter in der Höhle Und gucken, was wir noch finden mit unserer letzten Spitzhacke Die hatten jetzt nur noch drei Viertel Leben Wir sehen, was passiert Schaltet wieder nächste Woche ein Und wir haben Diamanten Ja Bis dahin, auf Wiedersehen Und Tschüss